hallo ich den freunde und herzlich willkommen hier wieder bei einem neuen kleinen horror game worte delivery wir sind quasi der neue und müssen ja nachts so große große wasserbehälter irgendwie gegen karren mit unserem wert den herren kollegen den wir hier vorne erkennen können ja ich habe keine ahnung ich weiß das ist ein horror game wo sachen ausliefern so ein bisschen ich meine hat so ein chillers art game geben was auch irgendwie delivery hieß das haben wir selber noch nie gespielt soll wohl in dieselbe richtung gehen ja ich würde sagen neues spiel wir fangen an wir gucken rein okay wir werden gefühlt alle klar es soll wohl ungefähr eine stunde gehen ich denke mal dass ich das in einem rutsch durch machen werde als ein teiler ja okay hierbei eben schon gestanden der mann ist sehr redselig überhören okay wir haben jede menge die menge wasserflaschen wir können uns einfach einen wasserkrug holen ist er jetzt voll oder ist der leer willkommen zu deiner letzten wasserlieferungsroute des abends nimm die gefüllten wasserkrüge vom lkw und liefere sie an die vorgesehene stellen im haus finde und sammler alle leeren wasserkrüge in jedem haus und bringe sie zum lkw zurück sobald du alle leeren krüge gesammelt und alle gefüllten krüge abgeliefert hast sprich mit dem hausbesitzer um die zahlung zu erhalten wenn du bereit bist zum nächsten haus zu gehen steigende lkw ein und der fahrer bringt dich dorthin viel glück alles klar okay gefüllte wasser krug aufgenommen das haben wir schon dürfen wir einfach in die gebäude rein wenn ich ja ein wenig komisch neun na bei diät ist alles okay auch mal bist du hier um den fernseher zu reparieren ne oma tut beleid bist du hier um den fernseher zu neun oma bin ich nicht kann ich helfen ich glaube nicht besser hier wie gesagt nein bin ich nicht okay und ich stelle schon fest das ganze hier ist ein bisschen creepy alles klar den enkel irgendwo liegen tür kann nicht geöffnet werden okay ich will mich nicht großartig umgucken das sieht alles sehr schön aus hier ich hole eben den zweiten wasser krug und dann würde ich sagen ab dafür obwohl ich glaube die lehren muss ich auch einsammeln gefüllten wasser krug genommen oma wo sind denn die acht davon gehe ich mal von auch solche wieder hier wird an machen hier um der liebe da hat ist was für die oma da steht hier auf alles klärchen okay und wir sind irgendwo in ich weiß nicht thailand ein kleines neues asia horror game ich freue mich ich gucke mal eben kurz aber irgendetwas schönes abgesehen von der oma davon die stadt kind hier können wir zum glück nicht reingucken ich habe keine ahnung da liegt noch was alles klar okay ich bin schon wieder so ganz klein ein bisschen nervös weil ich angst vor dem habt ihr kommt weil wir wissen alle asia horror ist so ein bisschen naja ach so das war die flagge da würde ich sagen wir gehen ich habe keine ahnung was das für eine flagge ist ich gehe einfach davon aus dass irgendwie thailand oder ruhig ich habe keine ahnung bist du bereit zu gehen ich weiß da war irgendeine türe mit der wir hätten integrieren können aber was wir nicht wissen hat und sich heißen alles klar die oma die war ein bisschen die war ein bisschen durch die hat den langen tor da war der fernseher noch kaputt und so und ach nee was finde ich bin schön die offen wird mir kommuniziert unser werter freut und es wird langsam richtig tun alles klar ok leeren krügel sind hinten weil ich habe ich den ganzen tag soll alles klar ok wir weil uns und bringen die rüge wohin habe ich noch nicht habe ich die taschenlampe oder so ich wollte doch schon neues neues wasser kein grund zu wo ist der herr hier vorne mir gesagt ihr soll nicht mit fremden leuten spricht dann kam mutti ok ja so ein spiel ist das freut mich ja unangenehm ok ich dachte schon das von links oder rechts irgendwie gleich noch irgendeiner heran guckt hier das ist ja noch alles richtig der schatten hier vorne da wäre jemand alles klar ok dreh schon langsam wieder ein bisschen durch freut mich die armen leute hier die mussten schon wie anfangen bier zu trinken so wenig wasser hier an karren letzter wasser kopf sagt hier kann nicht geöffnet ok du kann generell nicht geöffnet werden du kann auch nicht geöffnet werden das heißt wir haben vermutlich da hinten mit der oma nichts verpasst wer daher wo sind sie denn ok fertig hat lang genug gedauert jetzt hat geld alles klar haus 2 ok schön bist du bereit zu gehen ja okay ich merke schon das wird ein ganz fieses game wir haben bestimmt wieder mal einen einen jobs genannten die das zu kriegen gehe ich mal von aus und die locations werden natürlich kriege ich sehe schon alte männer hunde und kleine mädchen ich komme mir fast vor wie einer wie in einer kommune moin ich hab wasser will stauch wasser warum hat der hund grüne augen heißt er ist doch freundlich ich weiß nicht ob alles los scheinbar im oberstübchen nicht viel ja bin okay auch nicht alles klar hallo da steht jemand in der ecke alles klar entschuldige das durcheinander oben aber heute ist er frisch die oma ist rüber frech drauf hier ne herr oma es gibt mit der jugend erklärt das genügend das war sehr laut ok da haben wir eine wasserflasche und ist okay die kriegen wir auf jeden fall die frischesten radiowellen gleich wurde auch mal deswegen so ein bisschen verstrahlt wer weiß ich weiß dass der hund nicht gleich angreifen die augen des hundes aber noch grün alles klar ok ansonsten redet hier keine mit mir das ist alles klar mutti hängen bisschen ab ne schön jeder brauchen hobby alles klar damit habe ich überhaupt nicht gerechnet ok ok schön ich brauche noch geld sagt mir wirklich kriegt von euch hier vorne geld und heute kriegt geld von dir nein opa ich habe einiges zu geben davon vermutlich das meiste liebe aber ansonsten leider nix nein auch nicht alles klar ich würde sagen eben mit dem rauschen hier klingt als hätte ich hier irgendwie so sehr so eine dämonische präsenz hier ist hier für den trinkwasser weil ich schon gehe bevor heute wieder etwas tun was sie warum ok 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 ich hatte gerade irgendwie gefühl dass die irgendwas hinterher gerannt kommt aber bin ich bereit zu gehen oh ja sowas von alles klärchen ok schön unangenehm sein vater da auf dem level sind wir wieder ein auge zuckt wieder schon gleich wieder eine magnesium tablette gut wo sind wir die das mal maison der regier alles klar ok ich nehme erstmal auch schön dass hier die anzahl nicht mehr oder weniger wird ok ich komme und bringe wasser kann ich von vorn rein kann ich schon mal irgendwie reingucken ich weiß nicht oh gott das sieht schon wieder so einladend aus moin haben sie was er bestellt oh holly oh nein ok auch wie scheiße steht das denn hier drin da steht aber bestimmt gleich irgendwas neben mir oder ok der werte herr ist weg alles klar ok ich nehme die nächste flasche und dann gehen wir wieder rein gucken was dann passiert ich befürchte nichts gutes meine maushand ist wieder komplett komplett verschwitzt ok ich will die erstmal hierhin kann ich mich im haus müssen gucken wer daher du kannst du nicht geöffnet werden das ist ein schrank moin weiß ich mich weiß geheimnisvollen schlüssel aufgehoben alles klar ok jung keine sorge ich pack dich dich einfach mal zu hier kann ich gehöre jetzt bestimmt die tue jonen nein nicht ok zumindest scheinbar noch nicht ich habe keine ahnung ich habe 140 was ist das benutzen benähten pinke pinke ich habe keine ahnung ach ich habe gerade eben keine lehre mitgenommen alles klar ok ok auch schön zu sehen dass ich auf jeden fall irgendwas passiert im scheißfernsehen noch dass ich auf jeden fall auch erst mal alles hierhin bringen könnte bevor ich irgendwann weg bringen ich habe keine ahnung vielleicht kann ich mal gleich mal ums haus herum gehen ich so hol jetzt erstmal die beiden wasserflaschen raus kurz wir haben einen geheimen schlüssel gefunden haben wir für diesen geheimen schlüssel auch irgendwo ein geheimes schloss ich habe keine ahnung ich habe lediglich die angst dass mich irgendwas anspringt nein 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 ich werde hier nichts ausschalten ich werde hier drin mit verlauf nichts ausschalten ok 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 rhythmus kriegen rhythmus kriegen alles klar bis denn jack oma ja aber auch wieder frech ist alles klar ist wieder frech unterwegs hier boah ey alle klärchen ok letzte 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 wässer schön aber ich würde erst mal sagen bevor ich hier das wässer schön da vorne hinbringen durch eine art anderes wässer schon woanders hin bis gleich gut da sind wir wieder ans kirchen er letzte letzte wasser und oma ist objekt ich ich weiß ja nicht letzte flasche kann die hirn stellen aus klar ich habe noch einen schlüssel was kann ich mit dem schlüssel tun ich weiß es nicht ich denke mal das ist ein game wo jedes mal wenn wir uns irgendwie eine flasche neben und eine flasche wieder wegnehmen da wird vermutlich der nächste punkt getriggert gehe ich mal von aus und dann wird so nach und nach werden halt hier die scarce getriggert gut ok dann kann ich vielleicht für den schlüssel da vorne hin an das andere haus aber nein okay so unsere aufgabe jetzt ist das geld zu holen ich weiß nicht ob jetzt vielleicht irgendwas geschieht ok da wäre der herr ist hier unten okay ich habe keine ahnung gott das was direkt vor mir steht ich habe keine anrufe der schlüssel ist na eben das geld verschwinde bevor ich den dorfchef rufe ok haus volk collection ok aber wofür war der schlüssel alles klar ich weiß mit strom sparen wer ist damit ich habe keine ahnung ich weiß nicht wofür der schlüssel ist ich ich habe einen vielleicht kann ich hier mitnehmen irgendwo anders ich weiß es nicht vielleicht passt irgendwo anders so wir fahren weiter die straße weiter runter ich nehme einen kurzen schluck energy drink ein etwas größeren kong strom wildbier sehr lecker ja und auch diese örtlichkeit sieht durchaus bekömmlich aus okay wir haben 220 besäten und einen schlüssel haben wir tatsächlich mitgenommen moin die leeren krügel sind irgendwo drinnen öhrchen wo drinnen da hinten sehe ich es ja alles klar aber ich komme ich springen lecker ich habe hier wollte gerade sagen oma empfängst du noch irgendwelche irgendwelche funksprüche aus irgendwelche berliner bunkeranlagen oder was ist hier los ітиp ende die kannten hunde so groß alle klar wir sind bei hausnummer 5 wir sind bei hausnummer 5 wir haben zwei schlüssel aufgenommen gibt es noch mehr noch mehr als nur ein schlüssel also ganz klar gibt natürlich mehr als nur ein schlussler werden von 2 ok brauchen wir zwei muss noch die anderen holen ok das muss ja eigentlich heißen dass wir irgendwo wie gesagt ich will nicht von dem hund gejagt werden so nee warum bekommen wir schlüssel ich weiß es nicht sind die ok ich komme gar nicht weiter aber wo sind denn die lehren ja ihr wisst was ich meine ich habe angst davor dass wir irgendwo schon schlüssel vergessen haben und deswegen nachher irgendwie nicht an das richtige ende kommen wo hast du denn den von der ecke ok ist noch da jetzt hängt niemand von der decke abgesehen von dem hunde jebel gerade eben schien das hier normal zu sein zu normal ok ich denke mal hier würde irgendwann anderes passieren so macht dankeschön da gibt benutzen und haus 5 ist clear und da ist eine kakerlake drauf ok ich meine ja da war irgendwie viel zeug hier am rumkrabbeln einkaufen würde ich hier nicht aber naja das scheint normal zu sein ok unser freund hier der spricht mal wieder mal wieder nicht nö wir fahren einfach weiter for sale for sale for sale jede menge farmland dass es hier zu verkaufen gibt wofür sich scheinbar kein käufer findet ok schon wieder also so einladen aus hier ok wieder zwei flaschen bringen zwei flaschen zurück ich guck mich erst mal ein wenig wochen aber das los ob liegt und schläft ein bisschen müde er tut mir so leid es ist so schwer die enkelkinder auch immer keine sorge ich weiß hat doch ich kenne mich da doch ist du die enkel die sind immer gerne durch sie immer schön oh gott ich muss mir das ok ja da war einer von den enkeln aber alles klar natürlich natürlich hier hin hier hin ist einer oh gott ja und das aber auch ohne die enkel hin gekriegt ne ach da hängt die aal wieder ein wenig ab ne oh das spiel ist gut das spiel ist gut da sind so die kleinen dinge die einen irgendwie richtig hart kriegen was fies ok davon ist glaube ich auch noch ich will nicht wissen diese interferenzen hier die elektronischen die sind hart die sind laut bei opa ist alles ok das passiert jetzt ok ja der opa hat ein bisschen hunger hat sich der mozart kugel gegeben ne und kein problem aber moment haben wir noch einen schluss bevor ich gehe haben wir hier noch einen versteckten ich glaube wir hätten überall schlüssel mitnehmen können auch in den ersten ersten drei häusern ich habe noch nicht gesehen ich wusste nicht dass das möglich ist ich habe es zu spät gemerkt alles klar wenn diese subtilen kleinen kleinen skerz die die mag ich sondern so ein kleiner slow burner ok das große gebäude da hinten ja ok wieder 4 kann nicht geöffnet werden alles klar ok ok wer hängt sich hin also ein großes bild hin keine ahnung dann wurde ich irgendwie so ein thailändisches wahlplakat oder so ich meine ich glaube in den filmen oder so schon mal sowas ähnliches gesehen zu haben ok da kann auf jeden fall nicht rein alles klar ok langer dunkler gang und ein lichtkegel von einer lampel was passiert da kann ich auch reingucken da ist 0 abend na ich hätte mich eben beleidigt hat ne ok 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 warum sind jetzt so viele leute ein kätzchen zwei kätzchen alles klar ok warum sind jetzt so viele leute dass das wirkt seltsam kann ich mit allen von euch reden vermutlich nur mit ihr hier ne machte eine arbeit fertig jung bevor du meinen letzten kunden verschreckst alles klar ok ganz ehrlich dass da hinten gerade eben mit den gebäuden das wirkte creepy ich denke auf dem rückweg wird auch noch einiges passieren hier aber hier jetzt gerade das das geht doch ich weiß nicht irgendwie ist das das ist gerade sehr ungruselig weil hier so viele leute sind aber wie sein gesicht sehe dann weiß ich ja nicht schon wieder ein schlüssel ok 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 was haben wir hier gekochtes ei mit einem kreuz drauf lecker lecker schweinekopf ok ok hier haben wir eine flasche da hinten haben wir eine flasche hier haben wir ein ei you quietly ate the bold egg yum ok oh nein ok ok maximal unangenehm kann ich rennen ja morgen machst du den scheiß hier allein morgen kannst du alleine fahren ich kündige das war unangenehm dass unser charakter überhaupt nicht drauf reagiert ne alles klar ok 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 ich würde sagen wir arbeiten uns einfach von hinten nach vorne so hier haben wir noch eine na 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 so um die spannung aufrecht zu halten links im fenster oder irgendwie da oder so passiert noch irgendwas dass ich von da aus irgendwas versucht anzuspringen oder was weiß ich schön soll jetzt noch mal rein hier kommen über die katzen vorbeikommen du hast ein games und ein grünes augen das besonderes besonderes kraft die eine gehirnzelle wieder aus ich bin ein bisschen angeschmalt wenn ich ja lang lauf wo sie sagen wir sagen wir nicht dass das dahin jetzt das ganz ganz dahinten das schlimmste gewesen ist scheint aber so ok ok letzten wasser gut gesammelt nicht gut danke ich will morgen nicht mehr hier als er was der küche gescholten ja wenn ich es hier auf die vergeburt sind auskommt nein habe ich nicht ich habe kein all gegessen ich habe nur in diverseste körperöffnung geschoben du kannst mir nicht beweisen hatte mein mund war ich bin nervös tschuldigung weiter jedes steht roter wagen auf der straße also geht es abgebogen alles klar ich trinke warte 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 ich habe schon ein paar sachen irgendwie zu religion und co im stream von outlast 2 in der ersten folge im ersten stream davon erzielt dass religion schön und gut man weiß es soll einem trost spenden einige sagen ja ist eigentlich nur da um leute zu kontrollieren ich sag hey wenn den leuten hilft da lief aber was nicht so wie es sollte alter ist irgend so ein dämon offen auf friedhof an der route run ich glaube ich krieg die krise egal ob ich bloß durch alles klar was ich sagen wollte war dass ich so in horror games halt hier friedhöfe und kürchen was soll das jetzt natürlich einen stein nach mir werfen ich finde sie deswegen halt wenn das ganze deswegen so beunruhigend weil diese orte ja eigentlich ein ort des schutzes sein sollen ein ort des schutzes wurde die sicher fühlst katze streichelt die katze scheint danach zu genießen du fühlst ein kribbeln in deinen fingern wehe ich habe den schutz der katze wehe hier will mir was an kragen oder so er hörte hinter der beste bessere asthmatik von uns beiden ok katze mauns die ganze zeit das wird seltsam ok irgendwo hier muss doch glaube ich auch schlüssel liegen da ist auch noch ein ok ok ich habe angst dass hinter mir die tür zugeht die schlüssel lala 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 ok 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 ich hole erst die andere flasche von dahinten bevor irgendwelche bösen dinge geschehen ich nicht will ist hier auch ein schlüssel nein ich dachte hier wird irgendwie hinter uns eine türe zu gehen und sind erst mal gefangen und die andere türe da vorne die öffnet sich oder so alles klar okay okay ich möchte in der tat etwas bei ich sehe tote menschen aber sie sind keiner davon also demnach alle kein problem die nächste flasche holt ich gleich ja okay schön ja wenn wir keine scheuen zahlen müssen sollten wir auch keine wasserrechnung sagen du kriegst gleich ein mit einer eigenen bibel jetzt ein bisschen daran riecht an den seiten war meine fresse okay okay herr die bibel die bibel die sache mit der kirche die war die war nett dass alles im flamm stand alles klar aber wir hinterfragen nix und reden nicht mit unserem kumpel dass das finde ich ein bisschen schade wenn ich lustig wenn er uns hier zwischen den routen irgendwas sagen würde irgendwas erzählen ja ja ich arbeite hier schon seit 30 jahren ja die rote hier ist ja das bibel hier ok wo sind wir hier schon wieder irgendeine kommune mich eben was da vorne vorne ist auch so kleine mini hütten für hühnchen es wird das dort werden da irgendwelche hühnchen drin ja der der dem der scheiß davon traue ich nicht meine älter sind im hinterhof sie haben mir gesagt ich soll auch das restaurant aufpassen während sie reden 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 die denn auch nur oder der fleischsaft ausgelaufen hat ihre frau falsch gewählt oder was ist hier los kann ich glauben dass man keine junge weg ist ok 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 jesus liebt mich das weiß ich weil es so in bioshock 1 gesagt wird ich mutti nein aus böse bis dann da denkt man irgendwie man selbst hat stress im stress im berufsleben oder so ne wasserträger das ist furchtbar und schlüssel schön bitte bleibt da hängen ach so ist fast dachte da hockt und geister kind oder was weiß ich also gratsch oder was weiß ich ich weiß nicht was du bist ist mir egal ist mir egal kein bock der tut keine not ich spüre so ein leichtes dezentes kribbeln ein leichtes dezentes kribbel spüre ich und das liegt nicht daran dass ich ihm die katze gestreichelt habe ich bin nämlich kein allergiker so wird es nicht was katzen angeht da hat kind hier ein gesperrt ist doch kein fleischsaft ich weiß ich will da nicht mehr ja alles klar passt du mal auf hier oder hinten haben wir eine flasche ok die oma ist weg ja ok hier vorne ich will gar nicht so weit wieder zurückgehen das ist dunkel war hier noch eine flasche ich weiß mit ich glaube nicht hoffe zumindest nicht eine leere diese flasche hier das war mir eine leere nehme ich meine volle ja da vorne noch da wo das licht so schön flackert da gehen wir gleich noch hin was dann passiert bestimmt noch schönes ja aber ich weiß nicht warum genau wie irgendwie sachen die von denen man weiß das ist eigentlich dafür da damit leute irgendwie schutz dass das leute schutz irgendwie gibt oder dass das ist hoffnung einem hoffnung gibt so wenn das unterwandert wird es ist keine ahnung dass ich finde das so unglaublich creepy nichts passiert vielleicht wenn ich das fenster gucke oder so keine ahnung hängt das kind da irgendwie abgestochen auf der wand oder so ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich muss das gleiche war zurück zu kinden pinke pinke obwohl zumindest steht er noch da bitte sagt mir nicht irgendwie geld geld kann ich bei den eltern holen oder so ist meine mama mein papa gefunden ja wir lassen wir es bei einem höflichen freundlichen jahr das sind aber auch orte hier ich habe gänsehaut und den beinen alles klar ja und das ist das was ich eben meinst du sie auch wie irgendwie kleine häuschen für hühnchen kleine zelte hier vom spuk ein bisschen abzulenken okay wir sind alles klar gut ich würde sagen ich schnappe noch mal wasser krug und macht noch mal ein kleines bis gleich alles gehe ich ihnen da so wieder wir haben ein trocken wasser auf dem rücken und wir gucken uns mal an was hier für kriege sachen auf uns warten alles klar ich würde sagen warum bist du so groß aber okay du warst gar nicht da ein bisschen sauber hier will ich ja schön alles klar ich bringe mal das wasser rein ich habe ein ganzes leben lang ja auch niemand mag ein schwächtling nobody likes the quitter wasser guckt drauf alle klar darf ich mich ein bisschen umgucken jung alle klar du brauchst fein weiter ich bist du sicher deine flaschen noch leer sind ich schaue ob da ist ein bisschen alk drin oder andere substanzen gehen wir aber unsicher okay was haben wir hier ist ich muss sagen jetzt sieht eher aus wie die kinderzimmer warum hat ich glaube nicht warum hast du so viele betteln er kann das kind froh sein dass ich nicht im echten leben dabei gewesen wäre dass ich hätte dem kind so was von dem bot sich um die ohren gepfeffert hat kann es aber mal glauben ja wer geht gut rausgekommen okay das ist jetzt kaputt und blagen hier ist klar wie gesagt pass auf ich habe wasser da ist auch schon wieder blut warum bei dem geht es gut weiß aber auch nicht warum okay warum kann schön hinten hin okay weitere eingang schön ist hier noch irgendwo ums eck eine flasche weiß es nicht kann nicht geöffnet das klärchen schön ja leider auch kein weiterer jams gehe also es hat sich auf jeden fall nicht gelohnt die lange route zu gehen wo muss jetzt die anderen beiden noch hin der eine war hier vorne was hier irgendwo ah draußen nicht ne nehm ich mal mit okay da gehe ich als letztes hin warum also warum schweinekopf und warum geist äh ich spielte kurz vor die füße küsse lalala lalala ok 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 natürlich die letzte leere flasche ist natürlich bei oma dahinten da gehe ich mal hart von aus die türe dieses sich so leicht geöffnet hat ob ich glaube irgendetwas stimmt hier nicht schwächling aber die leitze quitt doch jetzt vielleicht nein irgendwelchen anderen türen ok nein kann ich mit dem kopf über gott machen ansonsten ist das hier nämlich relativ leer doch noch irgendwo draußen wenn ja dann habe ich eben nichts gesehen das hier vorne mensch kinder was geht denn ich war ja schnell weg die tasche des alten mann ist ganz oft du nimmst das geld aus der tasche des alten mann aus ich habe keine ahnung wie viele häuser wir schon haben aber das war gerade eben eine spinne auf dem iphone das hat eben unten gesehen ich weiß es ist das spiel ist interessant die es sind interessant ich glaube hier tobt sich einer richtig aus gefällt mir und dies was los weg ihn auf schnarch und die das los kann ich euch auch streichen oder nur die katzen die katzen den mann da will ich nicht unbedingt streicheln das kommt vielleicht komisch dann bist du wieder du oma ich sehe die stadt ein faltiges altes ich müsste flüster bitte hilf uns auch mal fing an zu vibrieren alles klar okay okay die kinder sind weg wenn ich um die ecke kommen in einer bau mal ist weg hallo die alte dem die ganz okay das ist ja gänsehaut eine welle von gänsehaut vom nordpol bis zum südpol schon gut ich mache das ich habe doch gesagt ich bin alles klar okay unangenehm ganz klein bisschen und das sind wirklich zählte für hühnchen ach wie nice geil kann ich euch auch streicheln nein freunde wasser kohl kann ich nicht so ein paar hühnchen zu meinem schutz mitnehmen das wäre toll das finde ich nice ja das fände ich richtig nice oma kommt noch keinen scheiß weil ich nehme ich hier ganz neu weiß ich habe keine ahnung es ist ich würde begrüßen die frauen nicht kommt wir müssen bestimmt für eine von den leeren dingern lehren flaschen noch da hinten hin das ist noch ein schluss kindchen bitte mal einfach deinen job du bringst dich nur ein schwieriger okay okay wir müssen doch nicht mehr ganz da hinten jung du machst richtig du streichelst das hühnchen hat gefällt mir der hat gefällt mir sehr bitte sei kein geist dass das hühnchen ruhe ich ja keine ahnung was hier abgeht ich konzentriere mich auf meinen job oma ist weg schön hier bitte ich habe den geld gegeben ich rufe dich wieder wenn ich wieder wenn wir das trinkt was auch alles klar ok ja wie gesagt hier tobt sich irgendeine aus mit seinen effekten die er machen will aber es gut ist gut gerade eben die ganzen die ganzen schnuckis überall an die wänden das war angenehmes anders ja da mal wie viele häuser müssen wir hier abklappern wie gesagt ich meinte ich habe gelesen das spiel dauert eine stunde ok jetzt sind irgendwelche schweine hälften ich kann nicht noch nicht bezahlen alle klar ok kein problem ich muss ja auch meine aufgaben erst mal machen ich bin jetzt gleich so eine halbe schweiner post hinterher oder was ich weiß es nicht schön ich dachte dahin steht was im kornfeld ich bin schon ganz von sinn ich sehe schon dinge die gar nicht da sind ich okay sämtliches wasser was ich hinbringen muss muss ich hier hin bringen das heißt ich bringe auch erstmal das ganze wasser hier in die badhaare hier vorne vom mund weg machen lippen hat gibt es hier vorne immer so ein bisschen vor den kläckern friseur gewesen sein und haare und bart noch mal schneiden lassen aber leider mein frisör momentan nicht da ich muss bis november wartet bis november bis bis oktober muss ich war entschuldigung dezember bis dezember muss ich warten vermutlich muss ich hier nicht so lange auf die nächste scare warten der flieger vermutlich gleich direkt wieder um die ohren habe ihr spiel gut gekriegt ich weiß sind jams geht es viele leute sagen immer nie so ausgelutscht nie gar nicht gut manche einige einige treffen einen doch ganz gut was ist das für ein geschrei hier noch mehr schwein ich gehe erst mal hier vorne hin und guck ihr lacht mich aus aber ich habe den job hier ich werde hier garantiert nicht den schweinekopf klauen bist du denn jack ich werde jedoch nicht irgendwelche schweineköpfe klauen bist du bescheuert ich bin doch nicht lebensmütig wieder hause gehen ok ich kann tatsächlich rennen wenn ich ok da kann ich nicht durch schade da kann ich kann irgendwie durch den wald ab oder so ab kürzen 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 noch da alles klar dass wir hier vorne er hat ein bisschen was von red shaker kürzen noch mal auch mal spannend spannend wieder deine deine achte deine flügel aus unangenehme geräuschkulisse vermutlich noch fein anbeten schön heute minibus und betag ich freue mich das selbe geräusch was immer macht wenn ich ein witzreißen mutti ok ok maximales geld haben wir bekommen geht es jetzt gehen solange du auch kannst sagen darf ich nicht treten ich glaube ich habe kann ich das noch klauen war das unangenehm ich glaube ich hätte das mädchen retten können der schweidekopf wird mir im inventar angezeigt wird sich verarscht alles klar ok 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 nix hier weg hier nix hier weg das kann nichts gutes bedeuten und du sagst nichts und schickst mich hier raus bist du denn jeck ey was ist denn falsch mit dir wie lange nehme ich eigentlich schon auf eine stunde fünf ok das spiel sollte eigentlich nur 50 minuten gehen äh ja so ungefähr 50 minuten circa wo bin ich hier ok der eigentümer dieses haus hat seinen wasserlieferdienst storniert holen sie letzte zahlung ab ok letztes gebäude dann bin ich mit einer stunde spielzeit doch ungefähr ungefähr dabei ok ich habe schlüssel bekommen muss ich jetzt mit diesen schlüsseln hier irgendwas aufschließen ok 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 das kam gut ok was wir aus der wittbarung drecksack der gehört dazu unser chef deswegen hat er jetzt hat auch nichts mit uns geredet alles klar kinderwatt online ist jetzt ringelpiz mit anfassen vielleicht deswegen gleich ein schweinekopf aufsetzen machen wir hier so ein bisschen scheining die frage ok 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 okay ich merke schon die pacien ist gut und die wir patrouillieren leute ich habe doch keine ahnung oh mein gott ihr könnt euch ungefähr vorstellen was da steht ich glaube ich habe in meinem leben noch nie irgendwas die videomaterial zensieren müssen aber für alles gebildeten erstes mal und ich glaube die haben ihr erstes mal schon ein wenig länger her hinter sich glaube ich so wie die da gerade profimäß sich am abgehen waren joa ich hoffe man konnte sich ungefähr vorstellen durch meine beschreibung wird da gerade vor sich gegen die waren sich gegenseitig gewisse körperstellen am kneten ja ja wo muss ich denn hin und wo ist die mutti in die eben hier rum lief und gebe dir noch mehr wilde nackte wilde hoffe nicht hat keiner gehört ok vielleicht hat sie es gehört ich weiß es nicht weh was was warum bin ich auf irgendeinem geheimen timer den ich nicht kenne du hast mich nicht gesehen dann dann das kann gar nicht sein ich habe schön gewonnen du siehst mich die schlucki du siehst mich nicht ich bin gar nicht da ist der ist der schlüssel für auch jemand scheiße ist der schlüssel fürs hauptgebäude ich weiß es nicht der wird zumindest nicht im übrigen betragen gezeugt da habe ich raus habe ich raus gott verdammt kann ich mich wenigstens da hierbei benötigte gäste ausschließlich habe ich dafür schlüssel gerade gefunden ich werde spaß sagen kann ich wenigstens mitmachen hatte ich glaube ich soll das heutige menschenopfer sein bin ich denn nicht schon opfer genug kann ich wofür war der schlüssel denn jetzt wenn ich für hier da hier drin noch irgendetwas schlucki geh doch weg wenn ihr lieb ist dann 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 ziehe ich mich aus dann ganz immer meinen mein wort ich sehen mein eimer glaubt mir da habe ich auch einiges mit zu tragen gott 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 das ist so unangenehm hier wofür ist jetzt der schlüssel oh gott ist ja noch ein dann steht rein ach gehen wir doch auf den bieber stehe ich da schlucki 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 schluck bin ich zu denen nach oben die am druck gott gott wo sich doch mal zu den bomb sind und ich wähle nie zu den bad so ich kann bei den bomben sind noch mal gucken aber das muss ich auch schon ich sag schon ob es gleich okay das hat gut funktioniert alles ja ok ich gucke mal eben kurz was ich machen muss und bin dann gleich wieder bis gleich okay ich habe gesehen wo noch ein schlüssel liegt und ich habe auch herausgefunden es gibt insgesamt 13 schlüssel mindestens mindestens 30 die mickey maus mutti die habe ich eben gekriegt jeder weg du siehst mich nicht okay wo muss ich hin eh nicht dahin nicht nicht dahin da oben hier liegt ein schlüssel und gibt noch was anderes nämlich hier hinten etwas jedes gute euro game haben muss im keller ok fluchtausgangsschlüssel ok ich denke mal dass hier die lustigen freunde verwahrt werden benötigt die keller schlüssel 2 willst du mich verarschen wenn die hier unten rumlaufen bin ich ja mal aufschau'n oh gott ne keine ahnung keller schlüssel 2 kommen wir jetzt vielleicht irgendwie da hinten beim anderen gebäudehaus scheiß dreck ist das so ungenehm ja ist im anderen haus ok gut ok keller schlüssel 2 muss man finden ich habe immer eine fluchttunnel gelesen war er ganz ehrlich ich habe so angst dass ich mir vor dass irgendwas passiert irgendwas vor mir direkt ist und nicht mehr beim reden halt volle kann auf die zunge beise das ist maximal unangenehm bau bitte nicht wieder hier irgendwelche irgendwelche nackten bilden geiler schlusses 2 gäste haus schlüssel ok 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 es ist wir können jetzt vorn raus ok ich will aber noch gucken was unten im keller ist das ist schlechte idee ich weiß aber irgendwas wofür wir die ganzen anderen schlüssel hätten gebraucht hätten ansonsten hätten wir die nicht bekommen so viele und ich weiß ich habe verkackt weil ich habe nicht alle schlüssel gesammelt aber ich will trotzdem wissen was passiert juhu oh nein oh nein oh nein im hintergrund hört man wieder was weiter wird sich verarschen ich hoffe das ist davon wirklich nur ein tote schwein und die kamera da vorne ich das ist ich ich bekomme wieder lust auf scheiße sind überall überall kinderspiel zurück ich wollte gerade sagen ich bekomme wieder lust auf radio not teil der puppen tal der puppen ich renne zum ausgang aber wir haben kinder befreit bitte rette meine freunde sie sind die in der anderen zu machen alles klar machen wir machen wir auf jeden fall ich renne zum ausgang alles klar ok wir können gute taten vollbringen wie gesagt werde ich mich am arsch ich renne zum ausgang ja gut ready or not teil der puppen guckt euch jetzt noch mal was an ab einem bestimmten punkt nimmt man keine gefangenen mehr ich sag mal so viel dazu so viele kinder hätten die wir können so viele kinder stehen noch mitnehmen wie es irgendwie geht ich rennen zum ausgang ja macht hat jung ich würde sagen bei dir rennt grad was anderes aber rennt auch mal zum ausgang ich rennen zum ausgang geheimen oh gott nein geheimnisvoll oh nein ok hier ist der fluchtschlüssel ok den geheimnisvollen schlüssel haben wir nicht gefunden hier vielleicht noch irgendwas in was geht das spiel noch über ich sag mal wie viele türen gibt es denn hier noch die die ich euch befreit habe lauft oh gott 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 ja wir haben viele viele kinder gerettet not acceptable save some of the kids and didn't call ich kann die polizei noch rufen was nicht akzeptables ende bekommen ich würde sagen hey gute tat sie haben einige der kinder aus dem haus gerettet also mit dem letzten twist hätte ich echt nicht gerechnet boah ich hätte bestimmt ja ok ja wir haben die polizei nicht angerufen wir sind selbst zur polizei gegangen ist doch ok oder die ganzen anderen schlüssel die wir hatten ja oben ok jetzt sehe ich es schlüssel 0 wir hätten so viele andere schlüssel noch finden können ok als sie ankamen und ihnen erzählten was passiert ist glaubte ihnen niemand und sagte ihnen sie sollten aufhören diese gewalttätigen videospiele zu spielen oh gott wo habe ich denn die kinder her ansonsten die geretteten die kinder die alle dasselbe sagen gehäuser auf ihrer wasserauslieferungsroute werden wahrscheinlich für immer verflucht bleiben einige der kinder werden für immer verloren sein das ende ok wie gesagt das war gut mit dem mit dem twist am ende hätte ich nie und nimmer gerechnet alles klar water delivery ok ja schon bei einigen sind ja irgendwie kinder weg gewesen irgendwie die eine meinte irgendwie hast du meine kleine hütte gesehen oder auch die enkel die enkel sind weg und mein sohn ist weg und der fall hatte sich erschossen hat und die die mutter sich weg gehangen hat und dann der kleine kind mit dem mit dem schweinekopf was hätte ich noch mit dem schweinekopf machen können hätte jetzt irgendwie gesagt okay schweinekopf überziehen oder so und dann selbst als irgendwie ich bin verwehrt dadurch irgendwie durch das gedingse durchlaufen können ok ja das waren wir waren wieder themen das waren wieder themen alles klar ok ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen mal wieder ein etwas längeres video normalerweise ich habe ja jetzt immer so ungefähr ein halbes stündchen 20 minuten dreiviertelstunde videos irgendwie gemacht jetzt dann wieder ein bisschen was längeres ist hier schon eine stunde 20 ich habe wieder um eine halbe stunde überzogen alles klärchen aber ja ich hoffe euch hat das ganze hier gefallen und wenn ihr selber spielt sammelt mehr schlüssel einen rettet mehr kinder das ist alles was ich dazu sagen kann gut an der stelle wie immer ihr kennt vielen dank dass ihr dabei wart und hoffentlich auch bis zum nächsten mal ciao